Herzlich willkommen zu den PCP-Wochen Think Tank Foto in Ihrem Think Tank Fachgeschäft. Vor Ort die PCP-Händler haben hier ihre große Auswahl an Think Tank Produkten für Sie bereit und Sie sind herzlich eingeladen, in dem entsprechenden Geschäft für Sie eine Tasche Think Tank Foto auszusuchen. Nach Ihren Bedürfnissen kommen Sie zu uns und probieren Sie die Taschen aus, bringen Sie Ihre Ausrüstung mit. Wir finden garantiert die richtige Lösung für Sie. Zum Beispiel für diese Kamera samt angesetzten 70-200 und Sonnenblende, dieses Digital Holster 50, die passende Lösung, kompakt, aufbewahrt und sofort jederzeit griffbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017